Und hier ist noch ein Scheiter. Okay, alles klar, jetzt habe ich es kapiert, wofür will ich. Na, da mische ich erst mal hin. Wo das jetzt genau ist, keine Ahnung, ich vermute, irgendwo hier unten. Jetzt muss ich aber erst mal überlegen. Ah, alles klar, von da oben. Ist ja logisch, weil so müsste es ja theoretisch eigentlich gehen. Ich probiere es. Jetzt müssen wir nämlich runter. Langsam verstehe ich das System hier ein bisschen. So, runter hier, help. Ich muss ja hier unten hin. Ja, genau da, will ich hin. Perfekt. Und dann müssen wir da rüber springen. Hui. Ja, super. Und dann da hin. Schaffe ich das auch so? Ich mal probieren. Ich muss hier runter. Aber ich frage mich, was hier noch so passiert in diesem Müll. Und ich höre doch Insekten. Äh. Über mir. Wir gucken erst mal unter Wasser nach. Ich höre doch schon wieder Eis. Lauf! Ich habe so einen Schiss vor diesen Dingen. So. So. Bis hierhin? Ach, du Scheiße. Zwei von denen. Schnell weg Wer hat die gezischt denn eigentlich? Das ist mal eine extrem gute Frage Und es kommt noch eins Mistvieh, wie ich euch hasse Ich hasse die jetzt schon Diese Eke von Insekten Ja, da kommt doch noch einer So, wo lang? Schnell Ach da So, hoch Danke Safe Und Käffchen Und Käffchen Ich hab's nicht geschafft Fick dich Hä? Danke Scheiß Insekt Jetzt muss ich auch, glaube ich, wieder hier hoch Scheiße Die können aber auch echt nicht aufgehen, diese haarigen Viecher Der ist bestimmt über mir Na gut, wenn ich hier wieder oben bin So So, weiter Muss ich mich da unten nehmen Ich krieg das nicht hin Komm, Lara, hoch mit dir So, jetzt? Dahin Ich verpasse das Wow Ach nee, da unten zum Scheiter Ups Komm ich überhaupt hin? Ach, von da unten komm ich hin Ich weiß, wie ich da hinkomme Easy going Springer voll daneben Wow Läuft Ja, genau so wie das, ey Hallo Hallo Und tot Na, ich muss von da unten hin Was ja eigentlich ja mal ein bisschen logisch ist Ach, du dummes Viech Ja, ich Ja, bin ich eigentlich so blöd Ja, aber Ja, genau so wie das, ey Leck mich Wow Läuft bei mir, Lara und Croft Hä Hä Was? Was hat mir das gebracht? Jetzt mal im Ernst Was hat mir das zur Hölle gebracht? Da ist ein Ich drück den erstmal Helft Helft Ach, da kann ich auch ein Aha Moment Dann hab ich da Robi so ne Idee Könnte ich doch da reinspringen, oder? Lass mal probieren Ne Hä Was soll denn dieser Blödsinn Aber ich muss es wohl aktivieren Scheint ja so, dass ich das machen muss Und dann wieder hier hoch Ja Ne, ich glaube ich muss das so machen Weil das ist schon Und ich springe dagegen Ich könnte ausrasten Lalalala Hoch Hallo Na, ich glaube ich muss das sogar machen Ich meine, wie viele von den Wie viele von den Scheiß-Insekten Habe ich schon ausgerottet? Zu viele Ich werde hier noch nicht so Schlau draus Ich weiß nicht wieso Aber ich werde hier noch nicht schlau Irgendwo so Aus dieser Sache Aber Mir kommt da so ne Idee Ich werde das jetzt mal aktivieren Soll ich mal ganz genau was wissen Eigentlich müsste man das wieder aktivieren Denken komisch Oh e accessed Has founding Wie Ende Was sagt Wie Ende W 됐 Bis zum nächsten Mal Wo mich Hmm Hm. Ho! Kommt kein Insekt mehr? Wär ich ja froh. Ich hab nämlich kaum Heilungsmöglichkeiten, genau das. Ich hab nämlich so ne Vermutung, dass ich den Schalter, den ich schon mal aktiviert habe, nochmal deaktivieren muss. Weil mir kommt nämlich zum Verdacht. Ich glaub, ich werd in dem Kapitel noch viel, viel Zeit verbringen. Ich weiß es jetzt schon. Mhm. Ist genau das, was ich meine. Ich mach mal einen kurzen Schnitt. Bis gleich.